Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen in so weitem Video, heute mal wieder gegen Gaps. Hey Leute, und wir machen heute ein Landenderby, nämlich Chelsea gegen Arsenal. Genau, mit Bestrafung und zwei der Verlierer muss im Anschluss von diesem Video ein Esslöffel Zahnpasta essen. Das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste. Das ist schon ziemlich eklig Leute, ich hab's selber noch nie probiert. Ich auch nicht. Also wir werden ordentlich wieder jetzt tryharden und go. Digga, Digga, Digga. Digga, oh shit. Ja, was war das denn? Ich weiß nicht was es war, aber es hat funktioniert. Deine Verteidiger haben rumgepackt und der hat mir die falsche Ecke geschossen, aber egal. Loil, aber wie hat man das Tor gemacht auch? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, was war das für ein 1 zu 0 Leute? Liebe Hasar. Hau dran! Ja! 2 zu 0, jetzt! Anton, du Bastard. Was ist das? Nice. Ich dachte, ich dachte, du gehst rein. Ich war einfach stumpf. Jetzt mach ich ernst. Yo. Ivanovic. Wehe. Wehe. Scheiße, ich weiße was los ist. Kann ich die ganze Tour behessen? Das ist ja so geil. Oh mein Gott. Ja, voll schön. Özil. Digga. Das war der erste Schuss. Oh shit. Kämpfen und siegen. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh fuck. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nicht mehr, das ist er gar nicht. Oh nein. Jetzt bekommt er. Gips. Ja. Digga, nein, digga, nein. Oh nein, 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 nein. Er ist nicht drin. Ich höre das gleich aus, Alter. So. ich bin so gut man so schön ausgespielt jetzt aber du hast dann nein 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 dass die Nullen stehen ich hatte so angst ich habe die perfekte ausstellung für chelsea mit william in der mitte da kann man gar nicht dagegen er hält alles er hält er ist jesus er ist jesus anton nein nein ja super toll das ist den billigsten schuss von allen hält er nicht ich schaffe nicht den ganzen nein ich habe schon gewirkt nur weil ich daran denke mach mal die camera bitte ich will das live sehen es macht mich so glücklich anton ich sehe es gerade ich kann ich mich ohne gucken röder schlug ist bestens nein das geht nicht das ist so eklig es tut mir so leid das ist so haute rein bis dann ich bin ein großer Fan von Barca ich mache ein Video für mein zweites Kanal ich habe ein Video für mein zweites Kanal ich bin Lieber, Lionel Messi Andres Iniesta und Xavi Hernandez und mein Traum ist einmal zu gehen zum Camp Nou und sehen ein Spiel in vivo und nicht zu sein zu Bernabéu aber okay nichts passiert wir wollen sie